ARD Text im Auftrag von Funk Die Musik ist echt gut. Schauen wir mal am Sound. Ist das in Ordnung? Ich finde die echt gut. Die hört sich echt gut an. Ein bisschen runter, das stört mich ein bisschen. Guck, freu nicht. Ist das auch so schön gecurved ist hier, ne? Sollte so reichen. Na dann, auf geht's. Oh Gott, ist das schlecht zu lesen. Also, es ist für mich halt auf dem großen Monitor echt nicht so, nicht so geil. Mhm. A weapon. She's so mathematically just by touching them. Oh je. Ich meine, vielleicht geht das noch so nach ein bisschen Spielzeit, aber jetzt gerade im Anfang fühlt sich das noch ein bisschen sehr... Wollen wir mal, kann ich die... Wollen wir mal, kann ich die... Konnte ich die im Aus-Sensitivity heruntersetzen? Nein. Nein, 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 nein. Auf die Board. Aus-Sensitivity. Woher ich die dann ja komplett runterdreh, die war eigentlich... Hier ist die eigentlich in Ordnung, aber... Machen wir mal auf 90. Holy shit. Habe ich die jetzt auf 900% gestellt, oder was? Machen wir mal auf 100. Hups. Ach du Scheiße. Okay, ich stelle sie mal ganz, ganz weit runter. Vielleicht gehen wir mal in die andere Richtung. Die, die meine ich. Hier so auf 10 vielleicht? Jetzt ist es normal. What the fuck? So. Äh, Chests. Weapon, Chests. Woah. Ähm. Ach so. Okay. Ähm. Ähm. Ich war... ...standing still next to it. Mhm. Okay. Accuracy range, Amor. Okay. Ähm. Mit F. Okay. Okay. Ist das linksliegestell, ne? Da gibt's Dummies. Okay. Okay. Ja. Hm. Amor has an open crate. Ach so. Die da oben. Okay. Das Melee. Hm. Ähm. Time. Punch the back a few times. The back? This one? Ah ja. Ach so. Das ist... Okay. Das ist die Stamina oben. I see. Oh. Defense Ability mit Space. Ui. Attack Ability mit Q. Äh. Okay. Okay. Bist du? Nein. Bloß nicht. Mach das... Mach die Musik wieder an. Was ist das? Ähm. Ach so, hast du jetzt gemacht? War das einfach nur bumm? Oder... Ready to go? Äh. So ready fühle ich mich jetzt eigentlich nicht. Na ja. Ähm. Wo sie denn? Ach so. Zum Pfeil einfach, ne? Yes. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was das Ziel des Spiels ist, aber... das würdest du mir wahrscheinlich irgendwie mitteilen, so. Auf dem Weg. Äh. Äh. Huh. Oh nein. Das ist so ein Spiel. Ich kann das doch nicht. Äh. Huh. Also, ich weiß nicht... Vielleicht kenn ich mich einfach zu wenig mit dieser Art Spiel aus, aber ich find's extrem schwierig, dass die Kamera sich halt immer in die Richtung bewegt, wenn ich mal meine Maus dahin mache. Weil ich muss... Ich muss meine... Meine Maus in die Richtung bewegen, einfach damit ich weiß, ob ich treffe oder nicht. Äh. So. Ih. Verdammt. Wie war eben Mili noch? Space? Nein, das war das. Äh. Fuck, wie Mili? Ich hab vergessen, wie ich Mili. Ja, ja, ja. Weg mit deinem Molotovs. Okay. Oh. Das war das. Das war Space. Rechtsklick war's. Ach, siehste mal. Warte mal, kann ich die noch mitnehmen? Äh. Crystal Crick and Blaster. Mhm. So. Vollhallen. Äh, die hat 21, die hat 40. Ich glaube, ich werde ein großes Problem mit Muni kriegen. Kann ich da irgendwas drin finden? Die muss fast voll sein, okay. Ich mein, es war super, dass ich Geld bekommen hab von denen, aber ich hätte wirklich gerne Muni gehabt von denen. Piu. Piu. Oh, die machen das einfach Piu. So. Ah doch, ich hab Muni bekommen, nur nicht die richtige, so wie es aussieht. So. Äh. Ist der Sniper? Bist du der Sniper? Ne, du bist nicht der Sniper. Uh. Oh Gott. Ha. Bin schon froh, dass mir jetzt nicht so wirklich schlecht wird dadurch. Was war das? Geht ja weg. So. Kann ich, ah, ich muss die, okay, warte mal. Ähm. Amo 6. 38. Sehe ich bei der irgendwo, wie viel restliche Amo ich noch habe? Ne, ne? Vielleicht an dem Ding? Da ist Amo 1. Ne. Versteh ich nicht. Oder hier oben? Ne. Ist ja auch nicht von, äh, von denen wirklich. Das ist die? Ach doch, das ist die Amo. Okay. Welche ist das dann? Achso, die haben die gleiche einfach. Okay. Äh. Das sehe ich wahrscheinlich da dran, ne? Ah, warte. Die haben jetzt bei die... Hä? Okay. Wenn ich jetzt dran stehe... Ah, da sehe ich das oben. Unter dem Namen direkt. Alles klar. Das heißt, hier kann ich mal... Ich kann aber nicht direkt vergleichen, ne? Doch, da. C-Compare. I see. Äh, mehr Damage. Fire Rate. Amo ist gleichbleibend. So. Wie dann? Dann machen wir das so. Denke ich. So. War doch gerade eben jemand, der gesnipert hat, oder? Oder ist der mitgekommen? Oh nein, nicht schon wieder. Ja, brauche ich jetzt nicht. Bleib erstmal bei den beiden hier. Solange ich dann noch genug Muni von habe. Vor allem habe ich ja relativ viel Muni von den beiden Dingern. Auch nö. Was möchtest du mir zeigen, Boss? Nein. Hups. Ihh. Ah. Nein, 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 nein. Hehehehe. Holy shit, macht der viel Schaden. Ähm. Mhm. Quick restart. Ich glaube nicht, dass ich mir irgendwas kaufen kann jetzt gerade. Okay. Nochmal. Okay, ist komplett randomized. Hup. Cool. Also. Vielleicht die nächste Waffe. Ähm. Achso, da habe ich ja noch gar nichts. Ähm. Hey. Wup. Ah, ich glaube die Autos gingen kaputt nach einer Zeit, so wie die gewackelt haben gerade. Hup. So. Wobei, verliere ich mein Geld eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil ich, ich sehe auch gar nicht, wo mein Geld... Ach, da oben links ist mein Geld. Da habe ich es gefunden. So. So. Und rechts. Vielleicht sollte ich aber trotzdem relativ, äh... Ne was? Frying Pan. Was? Ja, nee. Ich denke nicht. Da muss ich ja in den Melee gehen. Ich glaube nicht, dass das noch besser läuft, als es sowieso schon war im Ranged. Okay. Hup. Hey. Aua. Da habe ich echt noch getroffen, der Sack. Gmeh. Gut. Was? Hahaha. Ich weiß nicht, warum das Ziel mir so schwer fällt, ne? Das ist schon ein bisschen... Äh. Eigentlich noch. Wobei, die könnte ich eigentlich mal austauschen gerade. Oh. Okay. So, ich muss meschen. Okay. What? Wieso bin ich eigentlich... What the fuck? Wieso macht das so viel Schaden? Hahaha. Okay. Nächste Runde. So. Hup. Ich brauche halt auch einfach 10 Schüsse gefühlt für jeden einzelnen Bubo hier. Nein, mein Geld. Okay, mein Geld ist dann auch jedes Mal weg. I see. So. Was willst du? Du wirst ja nicht weg. Du wirst quasi genau die gleiche Muni. Das ist natürlich nicht so geil. Ups. Ne. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Wahl ist hier mit dem... Äh. Mit der Waffe. Bin mir noch sehr unsicher. Ups. Ich glaube ich nehme mal lieber die andere. So. Mhm. Mhm. Äh. Wo muss ich denn da oben rechts? Also 20 AP ist jetzt auch nicht so viel, ne? Warte mal. Ich will mal gerade gucken, ob ich vielleicht irgendwie... Ah. General. Button Hands. Active Tutorial. Boss Intros. Da müssen aber das in Ordnung. Screenshake. Null. Machen wir mal das. Aber ich glaube... Ne. Ich glaube das kann ich nicht ausschalten, dass sich das mit bewegt. Fürchte ich. Combat. Fire. Previous Weapon. Das ist ja alles soweit in Ordnung. Shortcuts. So. Nö. 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 Na gut. Na gut. Na also. Ich hab doch mal getroffen. So. Was bist du? Okay. Hab ich zwar nicht super viel Muni für, aber das ist in Ordnung. Ist ja wenigstens ne andere. Ja toll jetzt komm ich nicht an das... Oh doch doch. Ganzig rangezogen. Alles gut. Der Sniper wieder. Guck mal. Guck. Guck. Vielleicht sollte ich in Mili gehen, wenn ich sowieso schon... hier so... Ne. So amal, machst du dir keinen eigenen Schaden so? Guck mal. Guck. 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 Scheiße. Okay. Ich hab so viel Schaden einfach genommen. Jetzt bin ich schon wieder immer über 6 HP. Ich finde hier jetzt aber auch nicht wirklich offene Crates, ne? Also für HP? Ich sehe vielleicht noch irgendwas mehr. Ja gut, man kann da durchschießen. Das gefällt mir. Okay, das ist jetzt 90. Ja ne, das vielleicht nicht. Ich hätte gerne AP, please. Nicht? Schade. Na gut, dann nicht. Kein Problem damit. Oh. Upsi. Oh, fuck. Huh. Scheiße. Oh. Money, 640. Ich kann mal kurz gucken, ob ich überhaupt in der Station was machen kann. Ich muss ja... Irgendwas muss ja, ne? Random, Lucky, Scout, Cyborg, Lucky. Kann ich denn was tun hier? Hi. Hallo. Nicht. Agent Folders. Mhm. Gut, solange die sich nur von der Story unterscheiden, ist mir das ja ziemlich egal, würde ich behaupten. Hm. Dann ist nochmal so ein Folder. Oder? Enemy Files. Hm. Nö. Ich meine, hier ist ja cool, dass man das überall ausstellen kann, ne? Aber... Das hilft mir grad nicht. So kam ich rein, aber hier konnte ich auch nichts machen. Das ist halt die Frage, was mache ich denn dann damit? Skins? Nö. Ich meine, was mache ich mit meinem Geld? Vielleicht muss ich aber auch durchkommen, damit ich das rausfinden kann. Das kann natürlich sein. Try Weapon. Achso. Ne. Kann ich hier irgendwie was? Nö. Nö. Der spricht ja auch nicht mit mir. Kann ich den weiter versuchen, glaube ich. Ja. Vielleicht muss ich wirklich eine Stage einfach mal durchschiffen. Hi. Schau noch. Hi, geh weg. Wieso hast du so viel AP? Okay. What the fuck? So. Äh. Einfach mal mitnehmen. Aua. Aua. Quick. Ich hab doch mehr Schallis gehofft. Wie? Du. Assi. Ha. Ähm. Warte mal. Warte mal. Das war Dämoni. Das war Dämoni. Okay. Oh. War das Heilung? Oh mein Gott, das war Heilung. Uh. Verdammt. Ich glaube, dann hätte ich was. Achso, so ein Milli-Ding. Ne. Ich habe jetzt genug Milli-Optionen. Eine. Und das reicht mir. Ja. Okay. Let's go. Oh. Nicht schießen, bitte. Danke. Ich hasse diesen Molotow-Typen, ne? Dem könnte ich ja am liebsten eine... Ja, ich mein, schießen reicht ja schon, aber... Aua. Ah. Wieso muss... Wieso steht denn da eh dran? Also, ich hatte eher das Gefühl, dass ich dashen muss, damit das Feuer ausgeht. Aber warum steht da eh dran? Oh. Ih. Ja, bleib doch stehen. Ich treff doch nicht. Mann. Warte. Ich geh noch kurz... Waffen gucken? Was bist du? Äh. Strom. Okay. Gucken wir mal, wie gut das läuft. Oh mein Gott. Es ist Moni und Ichapi. Scheiße. Hm, warte mal. Ich bin falsch. Ich muss nach rechts, glaub ich. Ja. So. Da ist der Boss. Huh. Oh mein Gott. Der macht übrigens... Bisschen... Hat zu viel HP. Hiiii. Scheiße. Schon wieder. Scheiße. Was aber noch mal. Oder kann ich die Difficulty runterstellen? Ich mein, ich bin ja jetzt offensichtlich ziemlich Moobruder drin, ne? General. Bossintros. Ich mein, am einen stand halt Schwierigkeit. Aber nicht, äh... Ich hab nicht die Option, das runterzustellen, ne? Hm. Ich mein, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das weiter zu... Aber, ah. Ich renn aber auch rein, ne? Ne. Huh. Nein. Oh, das ist nicht meine Waffe. Die will ich einfach sehr schnell wieder austauschen. Hier, viel Spaß damit. Kommst halt eh nicht rein. Nein. Ih, geh weg. Nein, hau ab. Aua. Scheiße. Ach, das Auto ist noch da, aber es ist einfach schwarz. Ich hab das Auto grad nicht gesehen. So. So. Da ist noch was. Nein, geh doch weg. So, hier. Was auch immer das ist, ist mir egal. Ich will's haben. Außer ich hab das andere nicht mehr. So, ich guck nochmal, hab ich jetzt irgendwo... HP. Nein. Na gut. Hallo. Ih, nein. Diesmal nicht. Uh. Nein, da war HP. Nein. Scheiße. Da. Viel Spaß. Da ist HP. Oh mein Gott. Es gibt mehr. Ich brauch das. Ich bin mir nicht sicher, was das macht. Friert das die ein? Also Stunt hast die irgendwie? Das wirkt ja so ein bisschen so, ne? So. Nice. Ich glaube sonst ist hier relativ wenig los, so HP mäßig. Das Muni wahrscheinlich. Ja. Ich hatte bis jetzt eine Kiste mit HP, ne? Kann das sein? Ist halt nicht so richtig viel. Ich mein, immerhin ist der Boss jetzt grade relativ weit weg. Okay. Ich krieg diesen Scheiß nicht gedodcht. Okay. Nochmal. Quick restart, please. Ich mein, es ist natürlich super, wenn ich das jetzt die ganze Zeit mache. Aber, ähm, kann halt wenig über das Spiel sagen, wenn ich nicht sonderlich weit komme. Außer, dass es mir jetzt so spät ist. Guck mal, ich hab das gedodcht. Wenn auch nicht bewusst. Uh. Will das Geld? Glaube ich. Also ich hab noch nicht viel Grund, das Geld zu sammeln. Aber ich sammels einfach mal. Oha. Ich bin natürlich genau rein, ey. Ich bin auch so ein Held. Vielleicht. Vielleicht sollte ich auch weniger auf meine Muni achten. Oder versuchen wirklich ordentlich zu treffen. Weil letztendlich sterbe ich aktuell so früh. Das, äh, macht dann keinen Unterschied. Ob ich eigentlich einfach raushaue oder nicht. So. Da ist noch ne Kiste. Äh. Mit dem. Ach, das war dieses Stromzeugs, ne? Hm. Ist jetzt nicht so geil. Aber gut. Das Spiel klarkommen. So. Hä? Ja. Umrum oder untenrum? Entscheide ich. Ihhh. Hab ich's nicht gesehen. Drecksack. Nochmal. Ich mein, immerhin hab ich mehr... mehr Kielselze, oder? Aber... Das ist halt, glaub ich, auch eigentlich nicht schwer für normale Spieler. Ihhh. So. Das warst du. Du warst der... der AOE-Typ. Okay. Ihhh. 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 Oh Gott. Mach das doch nicht da hin. Ich hasse dich, ne? Ich hasse diese Molotow-Typen. So. Aber noch schlimmer sind die Sniper. Ist ja eigentlich klar. So. So. Ich geh auf jeden Fall nochmal die Dinger ab. Äh. Äh. Also... Oh je. Das bist du. Ja, die nehm ich eher. Die hat zwar nicht sonderlich viel Muni, aber das kriegen wir schon... Ich mein, sterb eh gleich wieder. Ich glaub dann ist egal. So. Ladies and Gentlemen. Oh, das macht ganz schön Bum. Gefällt mir. So. So, nochmal ne Waffe. Ich mein, man findet super viele Waffen, ne? Aber... Äh. Let's see. Ja. Ups. Da wollte ich gar nicht. Was war das denn? Hm. Ich glaub die Fire Raid ist jetzt gar nicht mal so das Wichtigste für mich. Es geht. Das könnte schlimmer sein. Nein. Geh weg. Eh. So. Ähm. So. So, was war die Waffe? Ja. Ist hier noch was? Nö. So. Okay. Ups. So. Nein, Boss geht doch weg. Hihihi. Ich will erstmal alle anderen machen. Hihihi. Stirb. Huh. Okay, du bist noch her. Ja. Na, fuck das. Hihihi. Hihihi. Ich wär da schon wieder fast reingelaufen, ne? Streb nicht. Hihihi. Okay, wenigstens ist das relativ langsam. Schon mal... Äh. Etwas. Meine Mund ist leer. Ist natürlich blöd jetzt. Nice. Mit 3 HP überlebt. Yes. Jetzt wieder zurück? Wie zurück? Das sag ich nicht. Die sind jetzt wieder da alle. Nein. Ich hab nen Run geschafft. Yes. Oh mein Gott. Kann ich mehr HP haben bitte? Upgrade ist 30%. Nee. Upgrade ist larger Melee swings. Extra crit. Nee. This turn twice as much. Was bringt mir nen Turn? Particle guns. More damage. Das sind glaub ich generell Waffen. 1070 hab ich. Ah ja, das sind Waffen. Das ist Ammo. Bonus. Nee, bestimmt nicht. Receiving and... Ja. Das ist eigentlich voll mein Ding. Kein Schaden zu kriegen. Aber... Ich lass es grad mal. Ähm... Das ist halt alles nicht so meine Richtung. Ich hätte gerne irgendwas mit mehr HP. So. Scheiße. Äh... Missiles turn twice as... Ich hab glaub ich nichts mit Missiles. Particle gun. Business and Rifles. Ich weiß halt auch gar nicht auf welche Waffen sich das hier bezieht, ne? Bezieht. Ammo... Ich nehm einfach mal das da. Äh... In der Next Level. Das zählt aber nur fürs nächste. Das ist natürlich blöd. Ich nehm einfach mal die oberen, weil die klingen eher so nach... Weil das ist irgendwie nächstes Level. Die klingen eher nach durchgehend. Das Waffen ist jetzt halt für jetzt gerade... Das ist fürs nächste Level und das scheint vielleicht... Für... Äh... Ich hab nur noch meine 3 AP. Scheiße. Hahaha. Fuuuck. Äh... Kann ich irgendwie... Reloaden? Ach ne, das ist die... Ach, ich hab die andere... Und ich hab keine... Kann ich die irgendwie wegschmeißen oder so? Meh. Verdammt. Ich hab halt nur noch 15 jetzt, ne? Muss ich ein bisschen... Ach du Scheiße. Aufpassen. Ups. Aufpassen hab ich gesagt. Au! Das hab ich nicht selber umgebracht. Verdammt. Ohh. New Agent. Super. Mhm. Geh mal grad. Geh mal grad gucken. Was mach ich jetzt mit dem? Kann ich auch rausgehen? Der sieht so nach Mili aus irgendwie. Das gefällt mir gar nicht. Oder das sieht vielleicht wirklich nur so aus. Ähm. Na, ich versuch'n was einfach immer. Ich muss schlimmer werden. Kann's ja nicht, ne? Ja. Ja, der hat ne Pistole immerhin. Äh. Oh. So. Der braucht vier Hits. Au. Was war das? Nailgun? Oha. Haha. Okay. Ich mein, die ist halt so ein bisschen... Ahh. Random. Aber... Ja. Macht halt auch Schaden, ne? Find ich gut. Sollte nur vielleicht ein bisschen näher rangehen. Dann, äh, treff' ich vielleicht auch mehr. Was ist das? Ah, so ein Rohr. Wow. Nee, danke. Hier. What the fuck war das? Was? Der kann sich auf den Boden werfen. Ich vermisse grad ein bisschen den Dad. Scheiße. Blöp. Wieso hat man sowas? Also wahrscheinlich dann, dass die... Dass die Schüsse durchgehen oder so. Also in Deckung gehen. Quasi. Aber... Naja. Na gut. Aua. Wie hat er mich noch erwischt? Drecksack. So. Das, du hast alle abgekriegt und es überlebt? Du Drecksau. Das find ich aber nicht in Ordnung. Wo ist das? Na, Axt. Sag mal. Ich wollt' jetzt nicht zum Melee mutieren hier. So. Uh. Schön. Glaub ich. Was ist das? So einer. Ich hab da nur noch 14. Oh. Okay. Neh' ich. Hm. Hm. Iiii. Wie weit ist das? Blöd! Iiii! Scheiße. Hahaha. Aua. Nooo. Hm. Aber da könnte ich eigentlich mal die anderen ausprobieren, glaub ich. Die anderen, ähm, Leute hier. Genau. Ich hab noch den Scout und den Cyborg. Ich nehm' mal den Cyborg zuerst. Dann nehm' ich gleich mal den Scout. Was ist das? Ich weiß noch nicht, was das macht. Muss ich testen. Hm. So'n, so'n Ninja-Stern. Okay. Was haben wir hier Schönes? Uh. Normalen Revolver. Okay. Hm. Uh. Ich weiß nicht, was das tut, ehrlich gesagt. Kann ich das irgendwo nachschauen? Vielleicht könnte ich das beim... Beim Dingens nachschauen. In der Base. Vielleicht könnte ich das tun. Und die haben alle die gleiche Moline. Äh. Äh. Verdammt. Na gut. Ich fand den Dash bis jetzt echt am besten. Muss ich mal so sagen. Ah, lass mich mal den durch. Ich sehe noch nicht viel Land mit dem... Charakter. Ja. Das dachte ich mir schon. Gucken wir mal, was das Scout kann. Haben wir zumindest einmal alle durch. Die, die ich jetzt aktuell habe. Sagen wir mal so. Bin ja nicht... Nicht wirklich weit gekommen bisher. Dass ich da irgendwas reinsteigen könnte groß. Was... So. Scout, bitte. Gibt es überhaupt einen Scale? Hast du, hast du einen Scale? Oh. Du kannst unsichtbar werden. Schauen. Mal gucken, ob mir das hilft. Bup, bup, bup. Ihh. Okay. Ist aber auch nicht beim Schießen. Ich meine, ist eigentlich klar, aber... Okay. Die suchen dann an der Stelle. Das ist natürlich ganz cool. Oh, oh. Macht weniger Schaden. Natürlich doof. Ihh. So. Du trägst auf. So. Lass jetzt davon. So, dann zu dir. Komm her. So. Äh, ich muss nach oben rechts. Aber ich will erst nach oben links, weil da ist Waffe. Ein Messer. Ein fucking Messer. What the fuck? Nö. Na dann. Ich weiß nicht, wo der sitzt. Da oben sitzt er. Geh weg. Nicht so nah. Uh. Na dann natürlich blöd. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das triggert. Oh. 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 Ähm. Was hat das jetzt gemacht? Das hat irgendwie nur angelasert, oder? Oh. Da ist diese eine Kugel, weißt du, und ich renne rein. Unfassbar. Ankommen. Jo. Jo. Einfach ein bisschen lasern, das geht schon. So. Was ist das? Jo. Nehm ich mit. Jo. Gucken. Dauert ja jetzt eh nicht mehr lang. Ich hab nur noch 5 HP. Oh Gott. So. Oh mein Gott. Wie soll ich denn da nicht wegkommen? Tasi. Ähm. Ich hab keine, ob's diese Upgrades sind, ehrlich gesagt. Yes. Kann ich irgendwie... Ja. Ne. Versuchen wir's einfach nochmal. Hallo. Aber die mach ich schon mit 2 Hits down, ne? Ja, oder auch nicht. Vielleicht hab ich den einen irgendwie gut getroffen oder so. Du. Ne. Quick. Der haut mich da einfach irgendwie halb aus dem Leben, ey. Schrecklich. Der hat ja eh nicht HP, kann das sein? Verdammt. Aff. Okay. Also ich weiß nicht, wie schnell man da drücken soll. Da hat der Typ mit dem Dash natürlich echt einen Vorteil, ne? Der kann ja einfach dashen, dann ist das weg. Ähm. Achso. Ich komm da unten. Okay. Dann gehen wir nach unten. Hallo. Na. Kann mal jemand zu mir kommen? Von Glück hab ich so viel Mooney, ey. Von Glück hab ich so viel Mooney, ey. Ja. Nimm mich einfach mal. Los weg, ey. Ist jetzt nicht so präzise, ne? Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie... Naja. Ist eigentlich unabhängig von mir. HP. Oh mein Gott. Nein. Ähm. Ist die gleiche, ne? Wie war das jetzt? Dann nehm ich die mal. Ja, die hatte ich eben schon. Das ist gut. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hier ist nix mehr. Schade. Na dann. Natürlich. Ich glaub, ich geh erstmal nach unten hier. Nein. Ach, ist das ärgerlich. Ach, das sind... Warte mal, sind das die Upgrades, die ich mir eben geholt habe? Kann ich die irgendwo einsehen? Ich würde die gerne einsehen. So. Wo könnte man... Theoretisch. Rein theoretisch. Sowas verstecken. Weil das scheint ja alles irgendwie... So benutzbares Zeug zu sein hier. Ja. Die Musik ist echt gut. Ganz ehrlich. Die ist richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier aber auch nicht. 2 Wecken. Nö. Ja. Ich glaube... Bis ich nochmal ins Stage 2 komme, das dauert mir einfach zu lange. Das reicht mir dann für den ersten Test.